Aus dem Kopfkissenbuch der Dame Sei Shonagon Die kluge Prinzessin Zu Lebzeiten des Kaisers Murakami lebte die Prinzessin von Senju Den. Sie war die Tochter des Ministers zur Linken und allen Leuten wohl bekannt. Als sie noch sehr jung war, sprach ihr Vater zu ihr, Erst vervollkommne dich im Schreiben, dann übertriff alle anderen im Koto-Spielen, und wenn du schließlich alle Gedichte des Kokinschu treulich studiert hast und in deinem Herzen bewahrst, kann es dir an nichts fehlen. Eines Tages nun erinnerte sich der Kaiser, dass ihm diese Geschichte zu Ohren gekommen war. Er beschloss, die Prinzessin in Senju Den zu besuchen und auf die Probe zu stellen. Die sämtlichen Bände des Kokinschu mussten heimlich hinter seinem Gefolge hergeführt werden. Kaum angekommen, ließ er den Wandschirm, der ihn von der Prinzessin trennte, zur Seite schieben, und ehe sich die Prinzessin richtig von ihrem Erstaunen erholt hatte, begann der Kaiser das Examen mit dem ersten Band. Er öffnete das Buch und fragte, Nun, Prinzessin, welches Gedicht ist das? Wer hat es geschrieben? Wann, in welchem Monat und in welchem Jahr? Die Prinzessin erriet sogleich seine Absicht und war sehr in Sorge, Schande zu ernten, wenn sie etwas Falsches sagte oder gar ein Gedicht ganz vergessen hätte. Der Kaiser ließ zwei oder drei Damen rufen. Diese sollten für jeden Fehler, den die Prinzessin machte, einen Karostein auf den Tisch legen, damit man die Fehler zum Schluss zusammenzählen könnte. Es war sehr aufregend. Was für eine entzückende Szene! Wie macht sie uns neidisch! Weiter ging's, und nicht einen Fehler machte die Prinzessin. Trotzdem blieb sie sehr bescheiden. Der Kaiser hatte sich vorgenommen, die Prüfung zu beenden, sobald er sie beim kleinsten Fehler oder auch nur bei einem leisen Zögern erwischte. Im Geheimen beneidete er sie doch ein wenig um ihr gutes Gedächtnis. So durcheilten sie schließlich zehn Bände. Weiter bringen wir's heute nicht mehr, sagte da der Kaiser, legte das Buchzeichen ein und ging zu Bett. Nach einer Weile wachte er auf und dachte, »Schließlich hätten wir doch zu Ende kommen müssen. Wer weiß, vielleicht liest sie jetzt gerade die Gedichte noch einmal nach. Ich sehe schon, wir müssen in dieser Nacht die übrigen zehn Bände auch bewältigen.« Er zog das Licht näher heran und fuhr fort, bis in die späte Nacht hinein zu fragen. Aber die Prinzessin blieb unbesiegt. Sogleich, nachdem der Kaiser den Palast betreten hatte, eilten Diener in ihres Vaters Haus und berichteten, was sich zutrug. Der Minister zur Linken geriet in einen wahrhaften Sturm von Aufregung, bestellte ich weiß nicht, wie viele Priester, die für den Erfolg seiner Tochter beten mussten, und warf sich selbst zu stundenlangem Gebet auf die Knie. »Ist es nicht rührend?«, schloss die Kaiserin. »Dass er so leidenschaftlich für seine Tochter bemüht war?« Der Kaiser hatte gespannt zugehört und bewunderte nun das herrliche Gedächtnis der Prinzessin. »Was mich jedoch am meisten erstaunt,« sagte er, »ist die Tatsache, dass Kaiser Murakami zwanzig Gedichtbände durchlesen konnte. »Ich hätte schon nach dreien oder vieren aufhören müssen.« Jemand bemerkte, dass in diesen alten Zeiten selbst Mitglieder der niederen Klassen einen feinen Geschmack besessen hätten. Heutzutage ist dergleichen sehr selten geworden. Alles unterhielt sich lebhaft und vergnügt über die vortreffliche Geschichte, und so wurde es doch ein köstlicher, harmonischer Abend.